Ich freue mich, unsere Zuschauer aus aller Welt hier begrüßen zu dürfen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Ball rollt. Die Spieler sollten jeden Moment aus den Kabinen kommen. Hallo und willkommen von mir, Marco Hagemann und Hansi Küpper. Hallo Hansi. Hallo und ich kann nur sagen, ich freue mich, ich glaube, wie alle Zuschauer bei diesem Spiel dabei zu sein. Los geht's. Versucht die Gasse zu finden. Und da ist der Pass. Das ist die Möglichkeit. Gut abgeblockt, da stand der Gold richtig. Villarimia und raus auf die Seite. Schülle. Drin ist er. Das ist Schulbuch-mäßig. Von der Flanke bis zum Tor. Das ist der viel zitierte Kopfball aus dem Lehrbuch. Er bringt sich in Position und dann macht er alles, aber wirklich alles richtig mit viel Gefühl in der Stirnplatte. Da kommt der Ball. Draxler. Drin das Ding. Gott, die legen ja los, wie die, sie wissen schon, diese mit den roten Autos. Das ist Tiki-Taka in Reinform. Das ist ein Tor, wie man es schöner nicht herausspielen kann. Joao Moutinho. Mit dem Halbzeitpfiff des Schiedsrichters gehen wir in die Pause. Nach Durchgang 1, also steht es 2 zu 0 und jetzt die zweite Hälfte. Der Ball, der rollt wieder. Und der kommt durch. Riccardo Rodriguez, der Ball fliegt in die Mitte. Flanke kommt, aber wird sofort von der Abwehr entschärft. So macht es doch Spaß. Ist stark von beiden. Und das war's. Der Referee pfeift die Partie ab. So kennt man den Pokal. Dramatisch, spannend. Das hat richtig Laune gemacht. Da hat der Trainer sich vorher seine Strategie zurechtgelegt. Das wird usually durchgeführt.